ARD Text im Auftrag von Funk Schöner Headshot Die Alte hab ich doch kaputt geschossen Alter, Möfi, ganz ruhig Hey, hey, ganz voll Wir sind doch nur Freunde Okay Granate Granate, nee, 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 okay Ich bin vor der Hit Granate Ich werfe jetzt eine rein Das Gute ist, dass wir uns sehen Wenn er auf einer Wand zerspricht Hab ich ihn nicht getroffen, Mann? Er ist zurückgelaufen Schmeiß das mal an Granate Ist da jemand? Ja, da sind wir ganz hinten bei der Treppe Kommt rum und hier drüben Wenn ihr jetzt nicht drüben Gebrüßlehrung, gebrüßlehrung hinten Habe hin Kommt was raus bei dir? Ich glaub hier ist leer, oder? Seitdem schon ich einbaut die Dingprobleme Echt? Ja Hast du eingelötet? Ja Und da hängt auch immer eine fest Hast du mal, ähm, nachdem du gebohrt hast mal ein bisschen... Ja, ja, haben wir alles gemacht, ich ging Und jetzt, letztes Mal ging's noch, jetzt die Dingprobleme So, letztes Mal verrufen Dann gehst du mal wieder? Noch nicht Jetzt gehst du wieder Guck mal, ey Da unten ist echt voll am Finger, hab ich dich Sorry Das wäre Waffentreffer gewesen Ich hab jetzt noch drei Schuss mal, klick, klick Ich bin tot, Deadman 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 Das hat dich auch am Pulli, oder? Ja, aber du warst ja schon nichts getroffen Das war ziemlich gleichzeitig, gesagt Aber gut, wie du möchtest Deadman Hit 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 Achtung Oh shit Oh shit Du warst nicht Hit, oder? Shit Habe dich erwischt Hinterher Du hast meine Arme erwischt Nein, hinterher Nein, unten ist das mein Arme erwischt Du hast gar nichts geschossen Ah Zack Hey 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 Habe dich hat mich dabei Echt jetzt? Ja Und nicht da? Habe ab Sagt fertig ein 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ah, scheiße! Deadman! 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 Ich sehe den Kopf da drin. Welche Farbe ist denn drin? Oh, das war ... Ah, nicht, war geht. Wir haben gewonnen. Spielende! Bang! Hab ihn, hab ihn! Zwei Mann rein. Das war so klar, dass der Satz von dir kommt. Okay, wir geben euch Deckung. Ihr geht rein. Ich zeig das Video den Eckenklammler. Ich opfer mich. Okay. Ich habe ein Klammer. Ich habe eine Klammer, Baby. Okay. Aber dass du ehrlich bist. Ich habe das Hintertür gehört. Ach so, sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ich habe nur den Arm gesehen. Alle drei! Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Du standst so da und ich denke, du hast zum Anstrengen. Wollt ihr? Hint. Ha, 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 ha! Baubär, ich habe in der Magazintasche. Baubär, ich habe in der Magazintasche. Papabär, Magazintasche. Zwei Mann hab ich. Ja, Papabär, ich hatte dich an der... Ich habe dich vorher schon klappt. Ich hatte dich an der Magazintasche draußen. Klammer, Klammer. Hier vorne. Moment, sorry. Sorry. Ich hab dich abgeklatscht. Ach so, okay. Hier, deine Klammer. Gib den mal. Boah! Schrei, Treppe! Ah! Ah, tut das schon. Oh, ein Hals. Sorry. Ah, die Kippe, du Hundebriest. Sorry. Ich glaub, ich kann die Kamera ausmachen. Ich seh nämlich gar nix mehr. Die Kamera sieht noch wenige.